Sonst gibt es hier keine Feiertage, denn es muss flexibel sein. Das ist wichtig. Ein Tag ist eine Nacht, eine Nacht ist ein Tag. Jeder Tag derselbe. Sonntag ist Montag und Montag ist Freitag. Man braucht einfach keine Wochentage mehr. Das ist praktisch. Alles flexibel. Nur so kann es funktionieren. Manchmal wird man gebraucht, manchmal wird man nicht gebraucht. Man muss sich zurücknehmen, einfach bereit sein. Das ist eine große Aufgabe. Ich bin nur ein kleines Rädchen am riesigen Urwerk. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind eine moderne Textilverdruck. Wir gehören in unserer Branche in Wien zu den zehn wichtigsten Arbeitgebern. Wir beliefern internationale Marken, wie zum Beispiel oder auch gehören zu unseren Abnehmern. Wir leben in einer Nation von Büchern. Aber wenn sie zum Zug käme, wenn dieses Österreich wieder zum Zug käme, sie würden es nicht anders machen, als vor. Ich heiße es noch. Also da ist euch ja, ich kann den Kampf nicht lassen. Ich will sie vor sich selbst beschützen. Wieso? Also wohin geht dieses Zack-Zack-Zack-Daten-die-Marken-Wirtschaft? Ich glaube nicht mehr an die gerechte Strafe Gottes. Ich glaube an die Betongesetz. Ist aber nicht gut vorbereitet, Hanni. Das war der falsche Text. Ich war prostituiert. Sie war eine Prostituierte. Sie war ein Kind. Man hat sie gezwungen, sie musste pro Nacht mit bis zu zehn Freihand schlafen. Du arbeitest erst wieder, wenn du so viel Geld bekommst, dass sich das aufgeht mit dem Opernball. Okay? Ich bin überhaupt nicht bereit, wo man geht. Ich bin ein bisschen stolz. Okay, ich glaube, das ist genug. Ich glaube, das reicht. Das ist mein Schicksal. Das war ihr Schicksal. Das sind 480 Tage in ganz Österreich. Das heißt, keine Näherinnen mehr, die ohne Angemessen und ohne Arbeiten werden. Und dann, wenn dann alle in der Maschine stetschen, dann müssen sie den noch hinaussetzen. Das ist ein Naturgesetz. Und das nennt man ein Streik. Nein, nein, nein. Ein Streik. Jawohl, und wir streiken das Leben, bis es sich ändern muss. Meine Damen und Herren, wir sehen hier einen gewerkschaftlich organisierten Manipulationsbesuch. Aus falsch wird richtig. Aus oben wird unten aus. Links wird rechts. Willkommen! 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 Man darf sein Herz nicht verschenken. Man muss seine Organe zusammenhalten. Alles zusammenhalten. Und ich halte meine Organe zusammen. Alles an seinem Platz. Meine Damen und Herren, wir verstehen Sie jetzt. Verstehen Sie? Meine Begement. Waaa لم! Mama! لا! gens! Na, predominant! glaube ich, wahrscheinlich. Da, dirigiert sie heute Abend auf den Momentrum. Das war's. Hallow awesome Ich weiß, ich weiß Of mich Untertitelung des ZDF, 2020